Also hier ist Igram und unser anderer Fahrer, die telefonieren, gerade durch zwei Autos hier. Hallo Igram! Igram war zu lange, ja. Das ist unser Erdball in Türkei! Wir fahren mit 180 Städten durch die Städte. Alter, ich kann das nicht gern. Und Istanbul ist einfach nur riesig. Okay, hier sieht man jetzt keiner. Hallo Leute, machen wir gleich wieder.